Wann beginnt eine Liebesgeschichte? Mit dem ersten Rendezvous? Mit dem ersten Kuss? Mit dem ersten... Ich liebe dich. Wir waren glücklich. Verliebt? Ja. Ich will ein Kind mit dir. Mach mir eins. Ich bin die Letzte, die es erfährt. Mama, ich hätt's dir gesagt. Wann? Wo oder nach der Geburt? Ich fühlte mich besessen. In mir wohnte jemand. Ein Alien. Es tut mir leid. Ich hab das Gefühl, dass sie zu und bekommt alles mit. Verstehst du? Schlaf mit mir. Wenn die eine Ahnung hätten, was im Körper einer Schwangeren los ist, wenn sie diese Hormonexplosion verstehen würden... Fick mich. Bitte hör auf, red nicht weiter. Ich bin sowas von scharf. Ich träume schon von Gruppensex. Red noch ein bisschen lauter, weil dieser Typ ganz da hinten hat's nicht verstanden. Nicht verkrampfen, sonst komm ich nicht an den Muttermund ran. Ich verkrampf nicht, ich hab Schmerzen. Eine Haube reicht mir. Die waren für die Füße, Monsieur. Also, Barbara, es geht los. Konzentrier dich. Es ist Zeit, dass das Baby kommt. Dann mal los. Verhalten. Nur zu. Konzentriert. Geh, halt dich an die Hände. Es geht so sehr. Ich schaff das einfach nicht. Natürlich schaffen sie's. Wenn ich mich mit ihr nicht verstehe. Hören Sie mal, die Kleine erobert sie schon. Ich kenne kaum eine Mutter, die da widerstehen kann. Ich hab kein Recht auf Traurigkeit. Ich bin Mutter geworden. Ein Baby zu bekommen, geht doch als absolute Erfüllung. Was ist los? Ich... Ich bin einfach nur leer. Nehmen Sie sich doch mal Zeit für sich selbst. Ausgehen. Freunde treffen. Und Spaß haben. Ein bisschen leben. Ich bin immer wieder. 景4atente. Ich bin einfach rein. Haw райcie. τη Speech. Vielen Dank.